Hm? Nein. Du musst doch schon ein bisschen weiter weg von dem Dings gehen. Ich will, dass du auch deine Nase mit anderen vergleichst. Die ganzen Nachbarskinder sind hier. Wir wollen sehen, ob sie noch Masern oder Wimpfock oder wenigstens irgendwas haben, was so ein bisschen Schielen erfordert und Nase verbiegen. Und ich habe mich gekratzt. Sie sagen, das fehlt nicht. Niemand kommt hierher. Das ist nur wegen anderer Leute Sicherheit.